Ich heiße Tehan Kang und ich arbeite als Systemvalidierungsingenieur bei Alstom. Ich habe das Angebot an das Gradual-Programm von Alstom bei LinkedIn gesehen und fand es auch gleich sehr spannend, weil man den Jobeinstieg mit einem Ausland sehr kombinieren kann. Das Gradual-Programm in Chalroa war für mich nicht nur eine sehr gute Gelegenheit, um internationale Erfahrungen zu sammeln, sondern auch um ein Berufsnetzwerk direkt im Ausland aufzubauen. Nun arbeite ich als Systemingenieur in Berlin und kann dabei mein gelerntes Praxis-Know-How sehr gut umsetzen in einem sehr praxisnahen Umfeld der Signaltechnik. Ich kann Alstom grundsätzlich jedem empfehlen, weil wir sehr gute Projektaussichten haben in der Bahnbranche. Zudem haben wir ein sehr junges, dynamisches Team, deshalb macht es mir unheimlich viel Spaß, in diesem Team mitzuarbeiten. Komm zu Alstom und gestalte mit uns die Mobilität von morgen.